Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu Alena Theroux. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir fragen, gibt es eine Wiedervereinigung mit dem Ex-Partner, ja, eine mögliche Neustart, eine mögliche neue Wiederliebesbeziehung im Sternzeichen Wider und Ex-Partner. Besteht die Möglichkeit, dass der Ex-Partner wieder zurückkommt oder eine neue Liebe entstehen wird mit einem komplett neuen Menschen? An dieser Stelle bitte, möchte ich dich bitten, konzentriere dich auf dich, auf die jeweilige Lebenssituation, um die es hier geht, ob du Sternzeichen Wider bist, ob dein Ex-Partner Wider ist, ob du generell fragen möchtest, ob es eine Wiedervereinigung gibt, ob es eine mögliche Neuaufnahme mit deinem Ex-Partner gibt, ja, oder lieber eine neue Liebe den Weg freiräumen lässt. Konzentriere dich, Option Nummer 1, das Herz, Option Nummer 2, das Tarot der Hexen, okay? Gehörst du zu den Menschen, die unsicher sind, schaue dir das Video bis zum Schluss an, du kannst beide Optionen auch gerne frei wählen, weil es kann durchaus sein, dass in beiden irgendwie eine versteckte Botschaft für dich dabei ist. Andernfalls hast du die Möglichkeit, wirklich das Video auf Pause zu stellen, ja, damit du dich frei entscheiden kannst. Behalte dir immer vor Augen, dich und deine Situation passt es auf dein Geschlecht an, ob du Mann oder Frau bist, egal, welche Sternzeichen du bist, wenn du hier fragst, ob du Wider bist oder dein Ex-Partner Wider ist und du möchtest gerne eine Wiedervereinigung haben, eine Neuaufnahme, ja, konzentriere dich auf dich und auf die Situation und passe es auch auf die Situation an. Leute, bitte bedenken, es handelt sich hier um ein interaktives Video. Interaktive Videos können nicht immer zu tausendprozentig auf jeden zutreffen, deswegen habt ihr die Möglichkeit, jedes Mal, ja, den ganzen Tag mich per WhatsApp anzuschreiben für eine private Legung, okay? Ganz, ganz wichtig. Ja, scheut nicht davor, mich weiter anzuschreiben, wie es ganz viele andere Leute machen und nun schauen wir mal weiter. Konzentriert euch Sternzeichen wieder, gibt es eine mögliche Wiedervereinigung mit dem Ex oder lieber eine neue Liebe? Also, was haben wir hier? Wir haben hier für die einen oder anderen vom Sternzeichen wieder, besteht es wirklich durchaus die Möglichkeit einer Wiedervereinigung, okay? Ihr habt hier wirklich, oh, die Liebe ist einfach da. Sternzeichen wieder, Option Nummer 1, die Liebe ist einfach da. Es steht alles ein bisschen Kopf, es ist alles ein bisschen viel geworden, die Kommunikation ist nicht mehr die beste, ja? Ihr habt so ein bisschen den Überblick verloren. Ihr habt hier wirklich eigentlich immer noch viele Gefühle füreinander, aber es ist noch nicht die richtige Zeit der richtigen Kommunikation. Was bedeutet das? Ihr habt so viel Ballast aus der Vergangenheit auf euch. Ihr habt so viel durchgemacht durch dritte Personen, ihr habt so viel durchgemacht durch Krisen, durch Probleme, die ihr nicht gehandhabt habt, ja? Ihr habt es nicht geschafft, einen gesunden Mittelmaß zu finden. Und das ist das Problem. Das Problem ist einfach, dass diese Beziehung sich hat trennen müssen, obwohl die Liebe da ist. Sternzeichen wieder, egal ob von deiner Seite oder von deinem Ex-Partner. Es gibt hier eine mögliche Wiedervereinigung, definitiv, definitiv für viele von euch. Denkt dran, ja? Es sind generelle Legungen. Die Leute, die sagen, ja, Lena, ich werde nicht zu meinem Ex zurückgehen, ja, die erwartet eine neue Liebe. Ihr seid hier schon versucht, jemand Neues kennenzulernen. Ihr habt hier auch schon eine Dreiecksbeziehung am Start. Ihr habt hier auch schon Sex mit dem Ex gehabt. Also hier, Sternzeichen wieder, gibt es viele Kategorien für viele. Ich möchte aber gerne erstmal Option Nummer 1, die Ex-Partner zurückbringen, ja? Also, wenn du zu den Leuten gehörst, die eine gute Kommunikation haben, die aber noch lernen müssen, über eure Fehler zu sprechen, über das, was schiefgelaufen ist, ja? Ein gutes Mittelmaß zu finden, um wirklich die Vergangenheit abzustreifen, um die Zukunft, die Gegenwart so glücklich wie möglich zu leben, ist es wichtig, sich klar zu äußern. Okay? Also, es kommt hier Bewegung. Es kommt hier wirklich Liebe wieder, die noch mehr fruchtet, ja? Liebe, die weiter nach vorne schreitet. Ich sehe hier wirklich die Möglichkeit zu reifen, den Mut zu haben, die Initiative zu haben, die Zügel in die Hand zu nehmen, sich gegenseitig die Liebe zu gestehen. Ihr werdet in eine Kommunikation kommen, ihr werdet in ein Gespräch kommen, ja? Ihr werdet diese Ex-Beziehung definitiv wieder aufrecht neu beginnen, okay? Ihr werdet die wirklich neu beginnen. Aber dafür ist es wichtig, wirklich diese Reife, die ihr gelernt habt, nach vorne zu schreiten, offenen Wortes zu sprechen, für die Leute, die zurück zu ihrem Ex wollen oder der Ex zurück will, gibt es eine große Möglichkeit. Ihr müsst aber wirklich einsehen und wissen, wie wichtig es ist, wenn ihr diese Beziehung, die auf Liebe basiert, auf Respekt basiert, wunderschönen Sternzeichen wieder, ja? Neu aufleben lassen wollt, müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass ihr wirklich an euch arbeiten müsst. Dass der andere dein Gegenüber schon an sich gearbeitet hat und bereit ist, diesen neuen Weg mit dir zu gehen. Oder dass du schon bereit bist, diesen Weg wirklich zu gehen, weil du schon gelernt hast, mit vielen Sachen umzugehen, okay? Dass ihr einfach begriffen habt, dass eure Beziehung sich getrennt hat aus einer Dummheit heraus, aus Krisen heraus, aus Problemen heraus. Ihr seid versucht, ihr seid verführt, hier wirklich eine neue Beziehung einzugehen mit jemand anderem. Also, wir machen das mal so, auch wenn du zu deinem Ex zurückgehen möchtest, auch wenn dein Ex zurückkommen möchte, ja? Es gibt hier trotzdem eine dritte Person, die versucht, Einfluss auf eure Beziehung zu nehmen, ja? Es gibt hier noch ein paar Geheimnisse, die wirklich aufgedeckt werden müssen. Es gibt hier noch ein paar Unsicherheiten, die hier wirklich erstmal geregelt werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Bevor sich diese Ex-Beziehung, Sternzeichen, wieder wirklich wieder ans Leben zurückbringt, also bevor ihr wirklich drüber nachdenkt, obwohl hier Liebe ist, obwohl es das Beste wäre, für ein oder andere von euch zu eurem Ex zurückzugehen, ja? Müsst ihr wissen, dass du oder dein Ex wirklich noch Chancen habt, mit jemand anderem was Neues zu finden, ja? Es gibt hier wirklich auch eine Art von Fremdgehen. Die einen oder anderen seid ihr vielleicht auch fremdgegangen in eurer Beziehung oder es wurde euch fremdgegangen, ja? Und ihr habt es noch nicht verarbeitet. Ja, das kann alles durchaus sein. Egal, was ihr in eurer Ex-Beziehung durchlebt habt, okay? Ihr müsst wirklich die Entscheidung treffen, ob ihr wirklich bereit seid, das alles zu verzeihen. Ich sehe hier, Liebe. Ich sehe hier auch wirklich einen gemeinsamen Neustart für viele von euch, okay? Andere von euch haben einfach unter diesem Verlust, unter diesem, unter dieser, unter dieser Verlust dieser Partnerschaft so zu leiden, dass ihr kein Auge für andere Leute habt. Das ist aber auch okay. Also ich habe hier wirklich eine, eine ganze Menge Ex-Paare, die sowohl Ja als auch Nein sind. Die sowohl durch Trennungen gelernt haben, was Neues anzufangen, die sowohl aber auch gelernt haben zu sagen, nee, ich, Ex ist Ex, ja, ich fange jetzt was Neues an, also hier haben wir alles dabei. Die Faktor ist, für den Großteil von euch sehe ich hier eine Rekonstellation, auf jeden Fall. Eine Wiedervereinigung, ja, warum, weil die Liebe da ist. Es ist definitiv Liebe da. Und da, wo Liebe ist und Bereitschaft ist, ja, da muss man wirklich nach vorne schreiten und das Mögliche und das Unmögliche Mögliche machen. Ja, versteht ihr mich so ein bisschen? Okay, solltest du nicht zu deinem Ex zurückgehen, ja? Hast du hier die Möglichkeit, wirklich jemand anderes kennenzulernen? Du bist auch gerade in einer Dreiecksbeziehung und einige von euch, ja? Einige sind wirklich dabei, gerade sexuellen Kontakt zu haben zu jemand anderem. Einige sind dabei, wirklich jemanden kennenzulernen. Andere werden noch jemanden kennenzulernen. Also ihr habt hier wirklich Sternzeichen Widder, wirklich so viel in euch, das ist unglaublich. Wichtig ist die Kommunikation, wichtig ist die Ehrlichkeit, wichtig ist nicht abhängig zu werden, nicht emotional, nicht sexuell. Okay, ihr seid hier versucht, wirklich entweder zum Ex zurückzugehen, aus Gewohnheit, einige von euch. Die anderen seid ihr wirklich versucht zurückzugehen oder dein Ex aus Liebe, was ich toll finde. Obwohl der andere vielleicht schon eine Beziehung hat oder eine neue Beziehung hat oder du, ist die Bindung sehr stark. Also ihr müsst wirklich unterscheiden, in welcher Gruppe von Leuten ihr euch befindet. Okay, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Weil damit ihr lernt zu unterscheiden, was ihr wirklich real wollt. Ja, es besteht die Möglichkeit definitiv, ja, mit dem Ex zurückzukommen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, jemand Neues kennenzulernen. Die neue Liebe steht vor der Türe. Immer und dann, wenn du bereit bist, dem Ex die Türen zu weisen. Und zu sagen, egal ob ich dich liebe, der Schmerz ist so groß. Ja, du hast mich betrogen, du hast mich verletzt. Oder ich habe dich betrogen, ich habe dich verletzt. Ich möchte jetzt hier komplett neu anfangen. Ich schaffe das so nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte einfach mich der Liebe öffnen und jemanden Neuen kennenlernen. Macht das. Macht das. Schreit dir nach vorne. Es ist gar kein Thema. Du entscheidest wieder. Okay, also Option Nummer 1. Die Liebe steht vor der Türe. Opfert, was ihr zu opfern habt. Okay, lasst los, was loszulassen ist. Und entscheidet wirklich freien Herzens, worin euch diese Reise führt. Ganz, ganz wichtig. So, Option Nummer 2. Wartet mal, ich muss mal eben hier ganz kurz was zu Ende bringen. Das Tarot der Hexen. Konzentriere dich bitte auf die Sternzeichen Widder. Gibt es eine Wiedervereinigung mit meinem Ex-Partner? Sollte ich den Weg zu meinem Ex-Partner suchen? Oder sollte ich den Weg öffnen für eine neue Liebe? Okay, Ex-Partner. Ex-Partner Widder. Gibt es eine Chance für eine Wiedervereinigung mit dem Ex-Partner von Widder? Also Widder, das ist total cool hier. Aus dem einfachen Grunde ist das total cool. Wisst ihr, ich muss mal eben ganz kurz hier was zu Ende machen. So, weil sonst fliegt mir hier alles weg. Widder, also ich habe hier wirklich jemanden, der sehr autoritär ist. Wenn du nicht sehr autoritär bist, wenn du nicht ein Kontrollfreak bist, dann ist das dein Gegenüber. Okay? Ihr habt hier einige Höhen und Tiefen durchlebt. Ihr habt hier einige Krisen schon durchgemacht. Ihr habt hier wirklich ein Bewusstsein in euch drin, was euch zu einer Seite wirklich zum Erfolg führt. Wirklich zu tollen Menschen. Auf der anderen Seite ist es immer wieder, was euch zu Boden zwingt. Ja? Immer und immer und immer wieder. Was heißt das alleine im Klartext? Das heißt im Klartext, dass es hier für die einen oder anderen Konstellationen, Sternzeichen Widder, wirklich es sich hier um Seelenpartner handelt. Ja? Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil mir fliegt hier sonst alles weg. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist echt arg windig hier im Hintergrund. Und ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass meine Karten halt hier nicht alle wegfliegen. Ja? Also, es geht sich hier darum, dass es hier für einen oder anderen um seinen Seelenpartner handelt. Und diese Ex-Beziehung, die hier getrennt worden ist, ja, ist getrennt worden, weil die Person, um die es sich hier handelt, oder du auch selber, entweder was älter ist wie du oder eine reifere Persönlichkeit hat wie du. Also, es gab hier einen Konflikt, ja, nicht nur von außen, sondern intern, dass man nicht auf einer Höhe mehr gewesen ist, dass man einfach sich reinigen muss von Fremdenergien, dass hier einfach viele Unklarheiten sind, ja, dass hier einfach eine Ex-Beziehung auseinandergegangen ist, die auf der einen Seite mit viel Schmerz auseinandergegangen ist, auf der anderen Seite hat es dir aber auch viel Erfahrung gelassen, dass du genau weißt, was du in der nächsten Beziehung, ob mit deinem Ex oder ohne deinen Ex, nicht mehr machen wirst. Ja, es geht sich hier darum, Ordnung in dein Leben zu bringen. Option Nummer zwei, es handelt sich hier wirklich um Seelenpartner, um eine schicksalhafte Begegnung, um eine schicksalhafte Liebe, um eine Beziehung, die euch beibringen muss, Ordnung in euer beider Leben zu bringen. Jeder auf seine Art und Weise. Okay, es ist wichtig, dass ihr so agiert, wie es euch das Herz sagt, wie ihr aber auch wirklich erkennen müsst, dass ihr manchmal auch mit der mentalen Deutung, mit der kalten Seite, mit der rationalen Seite denken müsst. Wenn euch ein Mensch immer und wieder betrügt, immer und immer wieder verletzt, euch immer und wieder schlägt, ja, und ihr merkt, diese Beziehung ist toxisch, narzisstisch, ja, egozentrisch, gefangen, wie auch immer, ist es nicht gesund, dann trennt euch und geht auch nicht mehr zurück zu diesem Menschen. Was wir hier aber nicht haben, denkt dran, es ist eine generelle Legung. Für private Legung schreib mich bei WhatsApp an, ja, und ich sage dir gerne Informationen über alles, wie du mit mir eine private Legung oder eine Tarottherapie machen kannst oder wie auch immer. Okay, also und für alle Leute, die das wieder belächeln, ja, an diesen besagten tollen Kanälen, liebe Grüße auch ihr Quatschwater, die immer mal wieder reinschaut, um zu gucken, was es wieder zu präzisieren gibt, ja, herzlichen Dank dafür. Es geht sich hier darum wirklich, dass du begreifen musst, dass du keinem Rechenschaft abliefern musst, ja, du gehst nicht da in die Welt hinaus, um anderen zu gefallen, so wie ich. Ich mache meine Berufung, ich gehe meiner Mission nach, ja, ich mache das, was Gott für mich vorherbestimmt hat. Wem es gefällt, ist es super und wem es nicht gefällt, der hat halt Pech. Okay, und das musst du auch machen. Man muss dich so lieben, wie du bist, aber du musst immer die bessere Version von dir geben. Das habe ich gelernt und so mache ich das auch. Okay, aber du bist nicht auf dieser Erde, um anderen zu imponieren. Du bist auch nicht auf dieser Erde, um dich von anderen manipulieren zu lassen. Du bist auch nicht auf dieser Erde, um andere zu manipulieren. Hier geht es darum, die Liebe, die du empfindest, für dich oder für deinen Ex-Partner oder für deinen neuen Partner wirklich zu leben. Hast du hier eine Dreiecksbeziehung, ja, und du weißt nicht, für welchen Partner du dich entscheiden sollst, oder du hast dich gerade getrennt, entscheide dich immer von dem Herzen heraus. Okay, du musst ein bisschen autoritärer sein. Es kann aber auch sein, dass dein Ex sehr autoritär ist, sehr ordnungsliebend, sehr fremdbestimmend ist, sehr dominant ist, ja, der eine komische Art von Glaubensmuster, Denkmuster, sehr ordnungsliebend ist, sehr bestimmend, sehr, ja, sehr autoritär. Du musst dir bewusst werden, worauf du dich einlässt und was dich glücklich macht und was du wirklich möchtest. Ja, es besteht die Möglichkeit, zu diesem Ex zurückzugehen. Ja, ihr seid auch Seelenverwandte, ja, okay, aber ihr müsst auch wissen, dass auch Seelenverwandte manchmal Krisen haben. Es besteht die Möglichkeit, diese Liebe komplett aufzuwuseln. Warum? Weil das Schicksal bringt euch wieder auf den gleichen Weg. Egal, wie lange ihr euch getrennt habt, egal, wie ihr gesagt habt, ihr möchtet nicht mehr miteinander zu tun haben, egal, wie schwer eure Situation noch gerade sein mag, wieder, der Weg bringt dich immer wieder zu deinem Ex zurück, solange wie Liebe, Disposition und wirklich Bereitschaft da ist. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Es wird Früchte tragen. Das, was du umsetzt, wird Früchte tragen. Geh raus in das Leben. Öffne dich dem Leben. Du hast von dem Leben die Möglichkeit, vom Schicksal die Möglichkeit, ja, wirklich das Leben neu zu gestalten mit diesem Ex-Menschen oder mit jemand Neues. Das Schicksal sagt dir, akzeptiere, was du zu akzeptieren hast. Lerne, was du zu lernen hast. Sei fruchtbar. Bring Bewegung in dein Leben, ja. Öffne dich dem Leben, egal, in welche Richtung du gehst. Lasse alle Blockaden los. Lasse alle Ängste los. Lasse alle Krisen los. Es ist der richtige Zeitpunkt jetzt, um eine Entscheidung zu treffen. Okay? Lasse deine Egos los. Ihr knallt hier immer wieder aneinander. Auch Seelenpartner knallen aufeinander. Auch Seelenpartner verletzen sich. Auch Seelenpartner gehen durch die Krise. Okay? Die Frage ist hier wieder, gibt es eine Wiedervereinigung mit meinem Ex? Ja, aber nur dann und wann, wenn ihr wirklich gelernt habt. Okay? Das wirklich wieder anders zu setzen. Wenn ihr wirklich gelernt habt, an euren Fehlern zu arbeiten. Wenn ihr wirklich gelernt habt, es ehrlich zu meinen. Wenn ihr wirklich gelernt habt, eure Egos zu kontrollieren. Ihr müsst hier in die Ruhe gehen. Ihr müsst hier mehr ins Verständnis gehen. Ihr müsst hier mehr in die Bereitschaft gehen. Ihr müsst hier wirklich mehr in diese fruchtbaren, schönen Zeiten reingehen. Ihr müsst lernen, das loszulassen, was euch nicht gut tut. Ihr müsst auch lernen, mehr dritte Leute aus eurer Beziehung rauszulassen. Es ist wichtig, dass es hier wirklich an der Zeit ist, Ordnung in dein Leben zu bringen. Und Ordnung in das Leben deines Ex-Partners. Ja? Der Fortschritt, den du erzielen willst, heißt immer, bringe dich in Ordnung. Du wirst das schaffen, was du möchtest. Neue Objektive. Neue Ziele, Stabilitäten. Eine neue Liebe zu einem Ex-Partner zu kreieren. Eine neue Liebe zu dir. Oder eine komplett neue Liebe in deinem Leben zu lassen. Wieder, ich sehe hier, du kannst eine neue Liebe in deinem Leben wirklich lassen. Du musst es einfach nur wollen. Es wird jemand in deinem Leben treten, der da wirklich dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Du musst aber nur bereit dafür sein. Du musst bereit sein, in die Kommunikation zu gehen. Ich sehe hier Sexualität, ich sehe hier wirklich befriedigende Momente, ich sehe hier wirklich Passion, ich sehe hier Leidenschaft, ich sehe hier wirklich Sex ohne Ende für viele von euch. Ihr müsst es einfach nur wollen. Ihr müsst wirklich einfach nur die Bereitschaft haben. Ihr müsst wirklich nur die Kraft haben, wirklich nach vorne zu schreiten. Lasst das Alte los, damit das Neue beginnen kann. Sowohl in einer Ex-Beziehung, die alten Denkmuster, die alten Fehler, ja, das was zwischen euch da, als auch in einer neuen Beziehung müsst ihr wirklich das Neue willkommen heißen. Ganz, ganz wichtig, ansonsten kann das nicht funktionieren. Ja, mit keiner Beziehung. Überall, wo du die Hände im Spiel hast, wo du dich nicht bewegst, wo du immer wieder die gleichen Fehler machst, wo du immer wieder die Sturheit an den Tag legst, ja, musst du wirklich Stärke zeigen. Du musst Stärke zeigen, mit deinen Egos dich in Verbindung zu setzen. Du musst Stärke zeigen, deine Schattenseiten anzunehmen. Du musst Stärke zeigen, nicht immer negativ zu reagieren. Das ist wie mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hatte jetzt eine Krise zwischenzeitlich, ja, wo ich halt auch mal gesagt habe, okay, ich rauche jetzt mal ein, zwei, drei Wochen, ja, dann habe ich ein, zwei, drei Wochen geraucht. Und ich rauche 14 Jahre nicht, habe zwischendurch immer mal geraucht, dann wieder aufgehört, ja, habe jetzt für Ewigkeit nicht mehr geraucht. Und mit mal hatte ich jetzt so einige Sachen auch hier bei uns, okay, familiär bedingt, dann habe ich jetzt auch wieder ein paar Tage geraucht, so, jetzt habe ich wieder aufgehört. Es ist der Wunsch, es ist der Wille, es ist die Bereitschaft. Leute, ich kann jetzt zehn Jahre wieder nicht rauchen, weil ich keinen Bock darauf habe. Es ist, sich zu kontrollieren, es ist wirklich stark zu sein, es ist wirklich rein zu sein, es ist wirklich den Wunsch zu haben, was zu verändern. Und das habe ich hier auch. Es gibt eine neue Partnerschaft, ja, definitiv immer und dann, wenn du wirklich sagst, ich lasse die Vergangenheit hinter mir, ich fange komplett neu an, ich lasse die Blockaden hinter mir, ich lasse das Alte los, um was Neues zu beginnen, egal, was mich das kostet. Also Option zwei, die Seelenpartner stehen zueinander, die Seelenpartner in der Ex-Beziehung werden zueinander finden. Die Seelenpartner, die nicht stark genug sind, die in diesem Leben wieder frakassieren, die in diesem Leben es wieder nicht schaffen, ja, diese Steine zu überwinden, die trennen sich erstmal, gehen erstmal getrennte Wege, lernen erstmal neue Paare kennen, lernen erstmal neue Leute kennen und dann wird sich der Weg wieder füreinander finden und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr diesmal wirklich zurückgeht oder ob ihr bei eurem jetzigen Partner bleibt oder wie auch immer. Also ihr habt auch jetzt und auch später zu einem richtigen Zeitpunkt die Möglichkeit zwischen zwei Partnern zu entscheiden. Wow! Also, ich wünsche dir wirklich ganz viel Kraft, eine kluge Entscheidung zu treffen, ja, eine neue Liebe steht dir bevor, geh es richtig an, entscheide wirklich, was du möchtest, ob der Weg dich zu deinem Ex zurückführt, denk an, die Seelenpartner gehen durch sehr schwere Krisen, ganz schwere Krisen, ja, nichts in einer Beziehung ist dieses Jahr einfach, wir werden alle auf die Probe gestellt, wir müssen alle unseren inneren Reifeprozess wirklich nach vorne treiben und ihr schafft das, genauso wie ich das schaffe, genauso wie alle anderen das schaffen, ja, Grüße an Jessie, Grüße auch an Jenny, Grüße an Mel, Grüße an meine allerliebste, beste Freundin, Grüße an meine Familie, Grüße an alle, die mit mir schon private Lebens hattet, ich grüße euch alle, die mir weltweit zuschauen, ihr schafft es, ihr müsst wirklich nur in die Reinheit gehen, in die Klarheit gehen, lasst eure Egos an Seite, ja, hört nicht immer so viel auf andere, glaubt wirklich daran, dass der Glaube Berge versetzt, ihr wisst, was ihr wert seid, ihr kennt euren eigenen Wert, also macht es wirklich so, dass ihr euch immer nach vorne treibt, immer und immer und immer wieder, ja, ihr seid eurer bester Motor, ihr seid der Motor und das andere drumherum ist das Gehäuse und das Chassis, ohne euch funktioniert gar nicht, geht in die Meditation, geht zum Yoga, lasst eure Chakren öffnen, ja, macht Reiki, geht, wo auch immer es nötig ist, wirklich damit ihr Ruhe findet, geht vor allen Dingen in die Meditation und kehrt in euch, in euer inneres Zuhause, dort wirst du Ruhe und Frieden finden und das wird dir genau den Weg richten und den Weg zeigen, der für dich der richtige ist. Bitte verzeiht, wenn ich heute ein bisschen suspekt rede, ja, aber es ist einfach so, dass meine Stimme wirklich durch diesen ganzen Erdbeben, Regenfälle, strobische Regen so arg angeschlagen ist durch meine Erkältung, dass ich einfach wirklich ein bisschen schneller reden muss, ein bisschen anders reden muss und meine Stimme auch ein bisschen zu schonen, ja, um euch trotzdem gerecht zu werden, um euch trotzdem jeden Tag diese Nachricht, die für dich ist und eure Sternzeichen, eure Liebeslegungen mit auf den Weg zu geben. Denkt dran, schreibt mich an für private Legungen und ich bin gerne bereit, dir wirklich mehrere Informationen zeitnah zu geben, was du in deinem Leben zu ändern hast, okay? Also wir hören uns morgen wieder, bye!